Man kann auch Freiwillige aus dem Publikum auf die Bühne holen. Ja, dieselbe Reaktion immer, direkt wenn ich das sage, gucken alle weg. Aber ich habe schon zwei Freiwillige gefunden, keine Angst. Ich darf zu mir auf die Bühne bitten, mit einem riesen Applaus. So, jetzt rein. Ich stehe mich nochmal kurz vor, ich bin der Pascal. Darf ich zu sagen, Sie? Hallo Ingrid. Hallo Joachim, hier ist der Pascal. Ihr habt Angst, ich merke so ein bisschen? Nö, ihr müsst gar nicht viel machen. Ihr müsst einfach nur die Hände hängen lassen und den Rest mache ich. Ihr müsst nur die Lippen bewegen, ihr müsst nicht sprechen. Die Stimme verleihe ich euch. Ich fange einfach mal hier an, ein kleiner Test. Wenn ich einmal hier drücke, machst du einmal den Mund auf. Nach vorne schauen, Achtung und? Gut, wenn ich zweimal drücke, zweimal. Wenn ich dreimal drücke, dreimal. Wenn ich lang drücke, lang. Klappt sehr gut. Testen wir jetzt hier. Nach vorne schauen. Wenn ich einmal drauf drücke, einmal. Wenn ich zweimal drauf drücke, zweimal. Wenn ich dreimal drauf drücke, dreimal. Wenn ich lang drauf drücke, lang. Okay, das klappt sehr gut. Wie geht es dir jetzt hier vor diesen ganzen Menschen zu stehen? Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Hier noch stehen zu können. Was heißt hier noch stehen zu können? Na, dieser scheiß Alkohol. Du trinkst Alkohol? Ja, ich sauch die alle unter den Tisch. Okay, und wie fühlt man sich jetzt so mit Alkohol vor so vielen Menschen? Na, ich fühle mich hier ein Einhorn. Wie ein Einhorn? Ja, ein glitzerndes Einhorn. Ein glitzerndes Einhorn. Mit einem großen, langen Stachel. Hat ihr gehört? Ich habe einen großen, langen Stachel. Bitte. Macht so ein Einhorn irgendwelche Geräusche? Na klar. Und die gehen wie? Da braucht man nicht Klatsche bei sowas. Aber die Stimme die du hast, die ist ja etwas hoch. Ich würde sagen, wir tauschen die einfach. Sehr, sehr gerne. Wir gehen einfach hier rüber. Stimme kennst du ja. Nach vorne schauen. Wie geht es dir? Du brauchst aber nicht sprechen. Das mache alles ich. Okay, bisschen langsamer. Wie geht es dir? Ja, mir geht es sehr, 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 sehr gut. Ui, 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 ui. Du hast deine Stimme? Er hat ja getauscht. Er braucht eine neue Stimme. Ja. Soll ich ihm eine neue Stimme geben? Nee, der kann die Schnauze halten. Aber er braucht eine neue Stimme. Nee, er hat genug geredet. Ich würde sagen, ich gebe ihm trotzdem eine Stimme. Neuer Versuch, neue Stimme. Wie gefährdet ihr die neue Stimme? Ja, nee, ist okay. Die besser als die alte? Ja, nee, ist okay. Sollen wir die zwei behalten? Ja, nee, ist okay. Merke, du bist ja richtig spontan hier. Ja, nee, ist okay. So, ihr zwei, wir stehen jetzt hier und ihr merkt ja richtig, wenn man hier steht, geht es einen richtig warm. Ja, das ist ja richtig heiß hier. Hot, hot, hot. Ist die auch warm? Ja, nee, ist okay. Die hat mir ja fast gedacht. Also, die ist nicht warm. Ja, nee, ist okay. Eigentlich doch. Also, die ist warm. Ja. Ich will die Hose ausziehen. Du willst die Hose ausziehen? Ja. Ich würde sagen, die Hose bleibt an. Nein, ich helfe dir. Wie helfen? Na, zuerst öffne ich die Hose, dann ziehe ich den Gürtel aus und dann wird der Arsch versohlt. Wir zwei, wir machen jetzt hier mal ganz, ganz langsam. Wir könnten die Leute hier aber noch ein bisschen anders unterhalten. Was könnten wir jetzt noch machen, um hier ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen? Na, ich könnte singen. Möchtest du was singen hier? Ja, ich singe sehr, sehr gerne. Okay, und wo machst du das? In deinem Chor? Oder wie singst du denn? Ich singe in der Dusche. Du singst in der Dusche. Tust du das auch? Nee, ich tue das nicht. Also, du singst nicht? Nee, ich dusche nicht. Okay, ihr zwei, ihr dürft jetzt ein Lied singen, zum Abschluss hier noch. Möchtest du dir ein Lied aussuchen? Nee, ich kenne keins. Du kennst kein einziges Lied? Nee, gar keins. Kennst du eins? Nee, ich auch nicht. Dann bitte, stimme irgendetwas an, was dir jetzt in den Sinn kommt, bitte. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin so Anton aus Tirol. Oh, la die Hie, oh, la die Hoh, und ich die Heidi sowieso. Ich sag jetzt eins, ich mach jetzt Schluss, ihr beiden habt doch echt einen Schuss. Einen Riesenapplaus für die beiden. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ihr seht, es geht nicht nur mit einer Puppe. Ich hoffe, das kleine Programm hat euch gefallen. Hat's euch gefallen? Das freut mich. Ja, mein Name ist Pascal Huber. Wer Facebook hat, darf gerne auf Facebook ein Gefällt mir da lassen. Aber ansonsten, ich komme also rein nach Pfalz, bin an Fasching viel unterwegs. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal hier in der Nähe von Stuttgart wieder. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Viel Unterhaltung, auch wieder Zauberei gleich. Das war ja eine kleine Zauberei, gleich kommt die Großzauberei. In diesem Sinne sage ich, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.